Und in unserem Interviewstudio begrüße ich nun die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz. Einen schönen guten Abend. Schönen Abend. Frau Pilz, Sie haben extra darum gebeten, nicht hier im Studio, sondern in unserem Interviewstudio zu sitzen. Wir beide sind doppelt geimpft. Warum? Sie haben recht. Das gibt uns eigentlich recht, einen guten Schutz. Aber es ist so, dass auch geimpfte Personen das Virus übertragen können. Und ich lebe zusammen mit meinen kleinen Enkelbuben. Die sind noch ungeschützt, weil sie noch nicht geimpft werden können. Und da möchte ich sehr, sehr vorsichtig sein. Ich will nichts nach Hause bringen. Das ist verständlich. Zur Situation der Kinder möchte ich dann noch kommen. Zunächst aber zu dem, was wir gerade im Beitrag gesehen haben. Die Behörden haben also offenbar viele Fehler zu Beginn der Pandemie gemacht. Der Gesundheitsminister hat dann versprochen, im Herbst werde es besser funktionieren als letztes Jahr. Was ist denn Ihr Befund? Haben die Behörden dazugelernt von der zweiten großen Welle letzten Herbst, jetzt für die vierte Welle? Also einige Lernschritte sind gemacht worden. Ja, das kann man tatsächlich feststellen. Aber Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden, nämlich dieser Kantönlegeist im Gesundheitswesen, die fehlende gemeinsame Datenlage, das hängt uns nach und das macht uns jetzt auch Probleme, da auch wirklich mit einer Stimme zu sprechen. Und der Rechnungshof hat recht. Wir müssen da ordentlich zulegen, aber nicht nur bei der Datengewinnung und der Transparenz, sondern auch bei der Qualitätssicherung. Und insbesondere ist es für die Menschen ganz unverständlich, dass praktisch in jedem Ort eine andere Grundlage gilt, dass man nicht weiß, wann man welche Maske tragen muss, dass man nicht weiß, wie es in den Schulen weitergeht. Also die Verunsicherung der Bevölkerung ist sehr groß. Jetzt wird in den letzten Tagen sehr viel über eine mögliche Verschärfung von Maßnahmen diskutiert. Bis jetzt gab es aber die Verordnung von letzter Woche ausgenommen, noch keine größeren Verschärfungen. Glauben Sie, hat das mit der Landtagswahl in Oberösterreich zu tun? Da kann man nur spekulieren. Es ist jedenfalls aus Sicht der Patienten und Patientinnen nicht zuträglich, dass wir eigentlich immer hinten nach sind, dass wir die Schritte dann erst setzen, wenn wir schon wissen, dass negative Folgen eintreten. Und die Patienten und Patientinnen haben große Sorge. Sie sorgen sich darüber, dass sie keinen Platz auf einer Intensivstation bekommen. Zuletzt hat mich jetzt letzte Woche ein Herr kontaktiert, der hatte eine schwarze Zehe, die musste dringend operiert werden. Er hat kein Spital gefunden, das ihn operiert hätte, weil die Belegung in den Intensivstationen so hoch ist, dass man das nicht riskieren wollte. Es hat darin geendet, dass ihm der Vorderfuß amputiert werden musste. Und der hat natürlich einen Zorn. Der hat einen Zorn, warum denn ungeimpfte Menschen, Corona-Erkrankte auf den Intensivstationen, den anderen auch die Plätze wegnehmen. Der Rechnungshof kritisiert in seinem Rohbericht ja auch, dass zu wenig auf die Spätfolgen geschaut werde. Da geht es nicht nur um Long-Covid, also die direkten Folgen einer Corona-Erkrankung, sondern eben auch die Folgen von verschobenen Operationen. Wissen wir, welche Folgen diese verschobenen Operationen für die Gesundheit vieler Menschen hatten? Wir brauchen dazu auch Forschung und die fehlt uns auch. Denn wie Herr Neuwirth schon gesagt hat, das sind anekdotische Berichte. Und wir wissen aus der Patientenanwaltschaft, dass viele Menschen sich darüber beklagen. Und wir können hochrechnen, dass auch manche, die sich nicht an uns wenden, davon betroffen sind, dass sie verspätet onkologische Operationen haben, dass sie sich auch aus Sorge um Erkrankung nicht ins Spital wenden. Also da wird noch viel zu tun sein. Aber was mich auch ganz besonders sorgt, ist, dass wir jetzt im Moment zu wenig darauf achten, dass wir die Kinder und die Kleinen sicher durch die Pandemie bringen. Es ist, wie Professor Zwieauer zuletzt gesagt hat, ist Corona die schlimmste Infektionserkrankung, die Kinder bekommen können. Und es ist für mich absolut unakzeptabel, dass man es hinnimmt, dass die Pandemie durch die Volksschulen und durch die Kindergärten rauscht. Die Bundesregierung hat jetzt die Quarantäne-Regeln für Schulen und Schülerinnen und Schüler angepasst. Kontakt per Sonderstufe K1 und damit sofort in Quarantäne müssen nur mehr die unmittelbaren Sitznachbarn von positiv getesteten Kindern. Ich höre heraus, Sie finden diese Regelung nicht gut. Also wir sollten dort beginnen, wo wir was tun können. Nämlich, dass wir dafür sorgen, dass das pädagogische Personal, das Gesundheitspersonal geimpft ist. Es ist absolut nicht zu akzeptieren, dass Eltern ertragen müssen, dass die Kinder ungeimpften Personal ausgesetzt wird. Es ist auch nicht zu akzeptieren, dass man ins Spital muss oder zum Arzt, zur Ärztin und dort auf ungeimpfte Personen trifft. Also machen wir unsere Hausaufgaben, verordnen wir eine Impfpflicht für diese Berufe und machen wir auch eine Informationskampagne und eine Werbung für die Impfung, die diesen Namen verdient. Da gehört Geld hinein, dass der Herr Bundeskanzler gesagt hat, die Pandemie ist vorbei und sie ist ein sozusagen individuelles Problem. Hat sich ja als trügerisch herausgestellt, wir müssen einen Zahn zulegen. Und was ich auch noch möchte, ist, dass es ein Ende damit hat, dass es Ärzte und Ärztinnen gibt, die zum Beispiel bei Plattformen mitmachen, die sich vor Schulen aufstellen und gegen die Impfung wettern, Angst schüren und dass die Bildungsdirektion in Wien dagegen nichts unternimmt. Dass es hier Ärzte gibt, die in diesen Plattformen sagen, und das ist tatsächlich ein Zitat, die Covid-Impfung setzt eine Selbstzerstörung des Körpers in Gang. Da hätte die Ärztekammer schon längst Handlungsbedarf. Die Ärztekammer kritisiert Sie für Ihre Aussagen auch, dass Sie an dieser Stelle nur in Züge fügt. Ich würde nur gern bei dem anderen Teil bleiben, den Sie angesprochen haben, nämlich eine Impfpflicht. Nicht nur für Lehrkräfte, in den vergangenen Wochen haben Sie es auch gefordert für Gesundheitsberufe, für Personal in Pflegeheimen oder für körpernahe Dienstleister. Aber haben nicht auch Beschäftigte in diesen Bereichen ein Recht darauf, selbst zu entscheiden, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht, so wie das jeder andere in der Bevölkerung hat? Das möchte ich niemanden wegnehmen. Aber er darf dann nicht mit Menschen arbeiten, die dem ausgeliefert sind. Denn ein Patient, der ins Spital kommt, der sucht sich das meistens nicht aus. Und es hat der Spitalsträger eine Fürsorgepflicht, wohlzutun. Es hat die pädagogische Einrichtung eine Verpflichtung, den Kindern nicht zu schaden. Also ich kann es nicht verstehen, dass man zwar sagt, die Neueintretenden sollen jetzt geimpft werden. Ja, das macht ja einen Unterschied, der das Virus nicht macht. Denn es wird auch nicht Halt machen, wenn das Stammpersonal jetzt die Krankheit überträgt. Also eine Impfpflicht für alle körpernahen Berufe in der Pflege, in der Pädagogik, im Gesundheitsbereich. Frau Pilz, vielen Dank für den Besuch im Studio und einen schönen guten Abend. Sehr gern.